Das alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und wieder mal herzlich Willkommen zu dieses Mal fünften Folge der munteren Kategorienbesprechung von Gleichsatz.de. Wie angekündigt die Nummer 390 als die nächste. Einen Ruf wird niemand als ein Ding bezeichnen, sondern als einen Vorgang. Dann ist das Zitat eines gewissen Friedrich Weismann, welcher Schule zuzuordnen. Ich denke, Neopositivismus oder so irgendwas in der Richtung ist aber egal. Warum ist diese Aussage hier unter die Kategorie Objektivität subsummiert? Das hat zum einen den Grund, dass mir wahrscheinlich kein anderer einfällt. Aber wie bereits schon wieder das falsche Werkzeug ausgewählt. Zum Start. Ich hoffe, mein Publikum entschuldigt diese technische Fehlleistung. Wie bereits des Öfteren erwähnt, spielt die Gegenständlichkeit in Bezug auf Objektivität eine maßgebliche Rolle. Zur Beweisbarkeit einer Existenz eignet sich am besten ein greifbarer, abmessbarer Gegenstand in Maßeinheiten, der dann noch zu einem bestimmten Zeitraum stattfindet mit einem gewissen bestimmten Gewicht und derlei Eigenschaften. Und dann ist das übliche Verfahren, um Existenz zu beweisen. Und in diesem Fall hätte man nicht gewisse Apparate, die zur Unterstützung des menschlichen Sinnesapparates dienen, können und eben Tonaufzeichnungen liefern, die dann den Beweis führen, wo ein Einzelner sich sehr schwer täte, etwas gehört zu haben, was er denn gehört, sie gehört hätte in der Nacht. Geräusche, was das war, gibt es dann die unterschiedlichsten Meinungen. Wenn die Frau ängstlich, klassisch ängstlich, um Sicherheit bemüht, will den Mann dazu bringen, nachzusehen. Dieser, um seines Schlafes bemüht, hat das Interesse, weiter zu schlafen. Und so wird einmal ein harmloses Geräusch und dann wieder ein beängstigendes gehört. Und schon ist die Objektivität ein Streitpunkt. Nicht anders steht es um Vorgänge in irgendeiner Art, ein Geschehen, eine Aktivität. Es gibt die verschiedensten Versuche, Experimente, die man da gemacht hat. Verschiedene Leute beobachten irgendein Geschehen und kommen da zu den unterschiedlichsten Ergebnissen. Verschiedene Realitäten werden da beschrieben. Man kennt das aus der Kriminalistik, wo Zeugen ganz bestimmten Einflüssen unterliegen, die ihre Objektivität trüben. Ich brauche das jetzt nicht weiter zu vertiefen, aber als Untermalung des Gegenstandsfaktors vielleicht nochmal erinnerungswürdig. Ich schreite zum nächsten Punkt, die Nummer 240. Getan wurde dieser Ausspruch von einem gewissen Erwin Schrödinger, seines Zeichens Atomphysiker. Und ich schätze mal, in dieser Hinsicht ist diese Aussage dann auch zu beurteilen. Die da lautet, die unmittelbare, sinnliche Wahrnehmung eines Phänomens sagt uns nichts über sein objektives, physikalisches Wesen oder was wir so zu nennen pflegen. Wir können hier als Begründung nur das, was bereits besprochen wurde, anführen. In Ermangelung einer spezifisch atomphysikalischen Begründung. Könnte hier Schrödingers Heisenbergs unschärfe Relation ins Spiel bringen. Aber um in unserer Materialsammlung nicht ins Stocken zu geraten, will ich es jetzt hier auch bei diesem Hinweis auf die Atomphysik belassen. Das wäre ein eigenes Kapitel speziell tiefer in diese Materie einzusteigen, die ja bekanntlich wesentlich zur Förderung der, auch mit der Relativitätstheorie dann dazu beigetragen hat. Die natürliche Auffassung des Allgemeingültigen, die weit verbreitete Massenansicht einer allgemeingültigen, objektiven, unzweifelhaften Realität in ein etwas kritischeres Licht zu rücken. Dann auch die Kausalität als Standbein, sage ich mal, des Objektiven schwer unter Beschuss gerät, um ein weiteres Bild zu gebrauchen. Aber diese Argumentation muss auch gar nicht tiefer weiterverfolgt werden, denn es sind sehr viel einfachere Gründe vorhanden, um den Glauben, den Aberglauben an die Objektivität. Jetzt lege ich mich schon wieder fest, wo ich doch den Standpunkt des Unparteiischen zumindest noch eine Weile einnehmen wollte. Aber wieder einmal geht es mit mir durch, dass die Objektivität einfach als Aberglaube abzuschaffen ist. Ein Aberglaube, der in direkter Nachkommen schafft zum Aberglauben an die Autorität eines Gottes oder eines Königs als höhere überindividuelles Wesen sozusagen die Herrschaft über den Menschengeist übernommen hat. Und dass sich einige eingeweihte Geister davon befreit haben und immer mehr befreien, wiegt so gut wie gar nichts in Bezug auf die Massenanschauungen, die in einer Demokratie das gleiche Gewicht haben. Hier die Stimme hat das gleiche Gewicht wie eben das eines Relativisten bzw. jemandes, der diesem Aberglauben nicht mehr folgt. Aber genug geplaudert. Wir kommen zum nächsten Punkt, die Nummer 22. Der Begriff einer vom Interesse durchherrschten Theorie ist unvereinbar mit objektiver Wissenschaft. Und worauf hier zu achten ist, ist nicht nur das heere Ideal der unparteiischen neutralen Beurteilung, sondern vielmehr das versteckte Interesse im anscheinend Objektiven, das letztlich, wobei es sich letztlich um ein Wollen, ein Zweckinteresse, einen Willen handelt, der auf etwas hinaus will. Ich liebe es an dieser Stelle von einem Willen zur Macht zu sprechen, der durch den Schein eines objektiven Wissens vernebelt wird. Wir halten fest das Interesse in einer Linie mit der Verfolgung eines Zwecks, eines Nutzens als Kontrapunkt zur Objektivität, weil damit eine Relativität angesprochen wird, die die Frage nachzieht, sobald es sich um ein Interesse handelt, dann will gewusst werden, wessen Interesse das ist oder was für ein Nutzen das sein soll, für wen, da geht es dann weniger um ein Allgemeininteresse, beziehungsweise es gibt auch immer noch viele naive Gemüter, sage ich mal, oder natürliche realistische Denker, die mit einer Objektivität auch ein Allgemeininteresse meinen, sozusagen das öffentliche Interesse wird als objektives bezeichnet, überhaupt alle Allgemeinheiten, die ein gewisses Maß übersteigen, erhalten dieses Attribut, was natürlich keiner genaueren Prüfung standhält, aber das spielt eben an der Oberfläche weniger eine Rolle. Der nächste Punkt, ein Substantiv verknüpft den Begriff der Sachlichkeit mit Objektivität, zu assoziieren sind die Tatsachen als eine Umschreibung, ein Merkmal des Realitätsbegriffs, zu assoziieren ist eine Nüchternheit, eben eine Sachlichkeit, die frei ist von allen möglichen subjektiven Begleiterscheinungen, wo sich dann besser eine Nacht drüber schlafen lässt, um eventuell ausgewogenere Entscheidungen zu treffen. Hat selbstverständlich nichts mit Objektivität zu tun, aber was, hätte ich jetzt beinahe vergessen, was mit dieser Sachlichkeit eben auch noch angesprochen ist, ist die Sache und damit der Gegenstand. Der Sachbegriff, der hat die verschiedensten Erscheinungsweisen, auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann, gerade in juristischer Hinsicht gibt es da alle möglichen Sachen, die alle möglichen Bedingungen und Voraussetzungen haben. Gut, also um jetzt das Spektrum immer noch des Objektivitätsbegriffs etwas breiter zu halten, mehr oder weniger als Brainstorming wird auch der nächste Punkt besprochen, der da heißt die Nummer 316, Objektivität ist die Fähigkeit und der Wille, der Action hier geboten, die Fähigkeit und der Wille, das Vermögen, die Wirklichkeit, die nicht ich selber als Erkennender bin, ein gewisser Herr Fichte, Kantianer würde von einem nicht ich als Substantiv sprechen, also die Objektivität ist die Fähigkeit und der Wille, die Wirklichkeit, die nicht ich selber als Erkennender, bin, so zu erkennen, wie sie für sich selbst, und das heißt nichts anderes als an sich, abgesehen von jeder Beziehung, die Beziehung hatten wir auch schon einmal in Form einer Abhängigkeit, Unabhängigkeit vom Sinnesapparat, zwischen ihr und mir verhält, also eine klassische Definition, die abgesehen von den objektiven Elementen einer Wirklichkeit, einer behaupteten Wirklichkeit, die nicht ich selber bin, das wäre das zweite allgemeine Element, eine Fähigkeit und in dieser Fähigkeit klingt schon relatives an, weil zu etwas Fähig sein ist in erster Linie mal ein Subjekt und solche Subjekte sind unterschiedlich fähig, sage ich mal, sind unterschiedlich ausgebildet und in der gleichen Richtung ist auch ein solcher Wille dem Subjektiven zuzuordnen, lässt sich nicht festmachen, ein Wille an einer Person, es wird im Grunde genommen, es müsste als objektiver Wille verstanden werden, aber da wird etwas mit sich selber definiert, was ein logischer Widerspruch ist. Also alles in allem eigentlich unmöglich, das ganze Verfahren, eine solche Methode fordert vielmehr Glauben und Hoffnung und Liebe, möchte man sprechen, als das alles hier einer strengen Logik standhält. Man muss so etwas in die Abteilung Wunschvorstellungen, der Wunsch ist Vater des Gedankens oder etwas nicht so polemisch als idealer Vorstellungen betrachten, die dann immer unterschiedlich erreicht wird. Und da stellt sich dann bei unterschiedlichen zwei Kandidaten, erreichen unterschiedliche gerade der Objektivität, dann stellt sich die Frage, was ist der Grund dieser Unterschiedlichkeit und schon ist man voll in der Relativität, weil eben diese Fähigkeiten und Subjektivitäten alle relativ zu irgendeinem Gesichtspunkt dann betrachtet werden müssen. Wir kommen zu Nummer 335. Die Objektivität einer Beschreibung wurde gerade dadurch definiert, dass jeder Bezug auf ihren Urheber fehlt. Also nochmal die Denkwege in Bezug auf das Relative, die in einer vorigen Folge dieser munteren Kategorienbesprechung schon einmal Thema war und zwar eben die Relativität heißt die Bezüglichkeit, die Relativität ist in der Regel auf ein Subjekt, aber es genügt auch schon die Notwendigkeit eines Bezugs auf irgendetwas. Das kann auch eine Wertvorstellung sein oder eben ein Vermögen. Ist der Gedanke der Objektivität schon hinfällig? Und ich muss dazufügen, eben nur wenn man eine konsequente Logik betreibt. Es gibt dann immer noch irgendwelche Schlupflöcher, gibt da so bemühte Geister, sag ich mal, die dann zweigleisig sich das Ganze vorstellen können. Zum einen dieses und zum einen das andere, aber hier in Bezug auf die Frage Relativität oder Objektivität, da gibt es keine Schleichwege, da ist auch mit einer Dialektik nichts zu wollen. Das ist so wie ein bisschen tot oder ein bisschen schwanger, das gibt es einfach nicht. Und es gibt auch nicht ein bisschen objektiv. Um das nochmal festzuhalten. Der nächste Punkt, als da geschrieben steht, mehr als 140 Zeichen schätze ich mal, ja, schätze ich bin da nicht so gut im Schätzen, was die 140 Zeichen angeht, weil ich da überhaupt keine Übung habe, weil mir das ein Gräueln ist und weil ich mich an sowas auch nicht beteilige. Also, durch Allgemeines, das als Gleichheit oder Ähnlichkeit vorliegt, ist Kontrolle und Objektivität möglich, das heißt Unabhängigkeit des Ausgesagten vom Aussagenden erreichbar. Zuerst einmal eine Behauptung, wir schreiten zur näheren Prüfung. Hier wird quasi der Relativierung schon etwas vorgearbeitet, durch Relativierung, in dem eben Allgemeines nicht immer gleich 100% Allgemeines Identisches sein muss, sondern als Allgemeines geht auch schon mal Gleichheit. Ich muss jetzt nicht auf den Unterschied zwischen Gleichheit und Identität eingehen. Er wird hier jedenfalls gemacht und von dieser Gleichheit wird dann nochmal relativiert, dass jetzt nicht nur die gleichen Sachen, also die nicht ganz 100% Identischen, sondern auch das, was ähnlich ist, dann unter Allgemeines geht und so glaubt man eben wirklich alles drunter subsummieren zu können, was nur gerade geht. Wenn ich da nur daran denke, was nicht alles ähnlich sein kann, auch wieder relativ zum Gesichtspunkt. Wenn es nur darum geht, was alles weiß ist, dann ist da alles Mögliche, kann da alles Mögliche drunter gefasst werden, aber mit dem Grad der Allgemeinheit sinkt natürlich auch die konkrete Aussagbarkeit. Diese Aussagen werden immer leerer, immer banaler und haben dann selbstverständlich keinen größeren erkenntnistheoretischen Wert. Was hier noch ins Blickfeld kommen sollte, ist eben ein Nutzenaspekt der Objektivität, und zwar die Kontrolle und damit diesen Begriff noch etwas ausgedehnt, dann Herrschaft. Wie schon angedeutet in einem meiner früheren Aussetzer meiner Unparteilichkeit, Objektivität im Sinne Foucous als Methode der Regierbarmachung. Und den letzten Punkt können wir uns sparen, die Unabhängigkeit dürfte mittlerweile klar sein, dass damit die Frage der Relativität und eben Hinfälligkeit von Objektivität angesprochen ist. Alles in allem ein müder Versuch zu retten, was noch zu retten ist. Ich erinnere nur an den Intersubjektivitätsbegriff, der den Objektivitätsbegriff bisweilen ersetzen soll. Eine lächerliche Farce, wenn Sie mich fragen. Intersubjektivität. Weil die Objektivität eben in gewissen Kreisen dann doch in Verruf geraten ist. Dann gewinnt plötzlich die Nummer 8 eine goldene Gans und es heißt Intersubjektivität. Okay, weiter geht's mit Nummer 174. Das Seiende, das heißt die Materie ist eine Objektive, also vom erkennbaren Bewusstsein unabhängige Realität. Schon wieder frage mich nur, was dieses Sein designt soll, wenn kein Auge es sieht, keine Nase, es riecht, kein Tastsinn, es ertastet, kein Ohr, es hört und was gibt's noch? Aber egal. Solche Behauptungen sind immer dann schwer zu widerlegen. Möchte man meinen, wenn einfach jemand etwas behauptet und davon nicht abgeht und auch keinen logischen Gründen zugänglich ist, dann tritt §1 in Kraft, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Aber hier zu unserem Punkt hier wird das Seiende mit Materie gleichgesetzt, von der schon einmal festgestellt wurde, ich denke, dass es sich um eine Abstraktion wie Obst handelt, die eben nur ein Hilfsbegriff ist und keine Banane oder einen Apfel, konkret. Aber ich habe soeben mein Zeitsignal vernommen, dass die halbe Stunde erreicht ist. Und auch wenn jetzt diese Kategorie eine Ewigkeitsgeschichte wird, immer nur eine halbe Stunde, nehme ich doch Rücksicht auf die anscheinend wissenschaftlich in empirischen Studien festgestellte Verringerung der Aufmerksamkeitsspannen in, von mir aus gesehen, jüngeren Generationen. Und deswegen will ich es mit der Nummer 174 in der fünften Folge dieses lustigen Kategorienratens von Gleichsatz.de, der besten webphilosophischen Webseite, muss ich dazu sagen, wo gibt Folge 5, wie gesagt, und logischerweise geht es dann beim nächsten Mal weiter. Weiter, mir bleibt nur zu sagen, peace und out. Letternacht Weitern Weitern Untertitelung des ZDF für funk, 2017